Wir leben in einer Welt, die ständig auf Hochtouren läuft. Die Geschwindigkeit und Intensität des modernen Lebens haben ein Niveau erreicht, das für viele von uns überwältigend ist. Termine, Pendeln und Informationsflut sind zur Norm geworden. Jeden Tag jonglieren wir mit unzähligen Aufgaben und Verpflichtungen, die uns kaum Zeit zum Durchatmen lassen. Unsere Körper werden mit Stresssignalen bombardiert, was uns ausgelaugt, ängstlich und erschöpft zurücklässt. Die ständige Erreichbarkeit und der Druck, immer produktiv zu sein, tragen zusätzlich zu diesem Stress bei. Aber was wäre, wenn es einen natürlichen Weg gäbe, mit diesem modernen Chaos umzugehen? Ein Weg, der uns hilft, inneren Frieden und Ausgeglichenheit zu finden, ohne auf Medikamente zurückgreifen zu müssen? Hier kommen Adaptogene ins Spiel. Eine einzigartige Klasse von Kräutern, die seit Jahrhunderten für ihre bemerkenswerte Fähigkeit verehrt werden. Unserem Körper zu helfen, sich an Stress anzupassen. Diese Pflanzen sind in der Lage, die Stressreaktion unseres Körpers zu modulieren und uns widerstandsfähiger gegen die täglichen Belastungen zu machen. Adaptogene verschleiern nicht einfach die Symptome von Stress. Sie wirken auf einer tieferen Ebene und unterstützen das natürliche Stressreaktionssystem unseres Körpers. Sie helfen, die physiologischen Prozesse zu regulieren, die durch Stress ausgelöst werden und fördern so eine nachhaltige Stressbewältigung. Adaptogene verschleiern nicht einfach die Symptome von Stress. Sie wirken auf einer tieferen Ebene und unterstützen das natürliche Stressreaktionssystem unseres Körpers. Stellen Sie sich einen Thermostat für Ihr Stresslevel vor. Adaptogene helfen, diesen Thermostat zu regulieren, verhindern, dass unsere Stressreaktion auf Hochtouren läuft und fördern einen Zustand des Gleichgewichts und der Widerstandsfähigkeit. Durch die regelmäßige Einnahme von Adaptogenen können wir lernen, besser mit Stress umzugehen und unsere innere Ruhe zu bewahren und fördern einen Zustand des Gleichgewichts und der Widerstandsfähigkeit. Dies macht Sie zu einem starken Verbündeten in unserem Bestreben, die unvermeidlichen Stressoren des modernen Lebens zu bewältigen. Adaptogene sind nicht nur ein vorübergehender Trend, sondern eine bewährte Methode, um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu unterstützen. In einer Welt, die uns ständig fordert, bieten sie eine natürliche und nachhaltige Lösung, um unsere innere Balance zu finden und zu bewahren. Das Konzept der Adaptogene mag neu erscheinen, aber ihre Verwendung ist tief in alten Heiltraditionen verwurzelt. Diese bemerkenswerten Pflanzen haben eine lange Geschichte und wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Seit Jahrtausenden wenden sich Kulturen auf der ganzen Welt diesen potenten Pflanzen zu, um Vitalität und Widerstandsfähigkeit zu stärken. Von den schamanischen Praktiken der Ureinwohner Amerikas bis hin zu den Kräuterkundigen des alten Europas, Adaptogene haben eine zentrale Rolle in der Gesundheitsvorsorge gespielt. Die traditionelle chinesische Medizin und Ayurveda, Indiens uraltes Medizinsystem, haben seit langem die Kraft der Adaptogene erkannt, das Gleichgewicht wiederherzustellen und das Wohlbefinden zu fördern. Diese Systeme nutzen eine Vielzahl von Kräutern, um die innere Harmonie zu unterstützen und die Lebensenergie, bekannt als Qi oder Prana, zu stärken. Aber was genau sind Adaptogene? Diese Pflanzen sind nicht nur gewöhnliche Kräuter. Sie besitzen spezielle Eigenschaften, die sie einzigartig machen. Diese bemerkenswerten Kräuter zeichnen sich durch ihre einzigartige Fähigkeit aus, dem Körper zu helfen, sich an verschiedene Stressoren anzupassen, seien sie physischer, chemischer oder biologischer Natur. Sie wirken wie ein Puffer, der den Körper widerstandsfähiger gegen Stress macht. Sie wirken, indem sie das Stressreaktionssystem des Körpers modulieren. Hauptsächlich die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, HPA-Achse, die unsere Reaktion auf Stress steuert. Diese Achse ist entscheidend für die Regulierung von Hormonen und die Aufrechterhaltung der Homöostase. Durch die Unterstützung der HPA-Achse tragen Adaptogene dazu bei, die schädlichen Auswirkungen von chronischem Stress wie Müdigkeit, Angstzuständen und einem geschwächten Immunsystem zu verhindern. Sie helfen dem Körper, sich schneller zu erholen und die Balance wiederzufinden, was zu einem gesünderen und ausgeglicheneren Leben führt. Hoch oben in den eisigen, unversöhnlichen Bergen Sibiriens wächst eine bemerkenswerte Pflanze mit einer langen Geschichte in der traditionellen Medizin Rhodiola, auch bekannt als Rosenwurz. Diese Pflanze hat sich an die extremen Bedingungen angepasst und gedeiht in Höhen, wo nur wenige andere Pflanzen überleben können. Ihre Fähigkeit, in solch harschen Umgebungen zu wachsen, spiegelt ihre kraftvollen Eigenschaften wider. Dieses widerstandsfähige Kraut wird seit Jahrhunderten von den Menschen in Russland und den skandinavischen Ländern wegen seiner Fähigkeit geschätzt, die Ausdauer zu steigern, Müdigkeit zu bekämpfen und die mentale Klarheit zu fördern. Die Wurzeln der Rhodiola werden traditionell geerntet und zu Tinkturen, Tees und Extrakten verarbeitet, die in der Volksmedizin weit verbreitet sind. Aber die wahre Kraft von Rhodiola liegt in seiner bemerkenswerten Fähigkeit, uns zu helfen, mit Stress umzugehen. In unserer modernen, hektischen Welt, in der Stress allgegenwärtig ist, kann Rhodiola eine natürliche Lösung bieten, um das Gleichgewicht wiederherzustellen und die innere Ruhe zu finden. Rhodiola wirkt, indem es wichtige Neurotransmitter im Gehirn beeinflusst, wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Diese chemischen Botenstoffe sind entscheidend für unser Wohlbefinden und unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Diese Neurotransmitter spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Stimmung, Energieniveau und unserer Reaktion auf Stress. Ein Ungleichgewicht kann zu Angstzuständen, Depressionen und Erschöpfung führen. Indem Rhodiola das Gleichgewicht dieser Neurotransmitter unterstützt, hilft es, die negativen Auswirkungen von Stress abzufedern und fördert ein Gefühl der Ruhe und Konzentration, selbst in herausfordernden Situationen. Studien haben gezeigt, dass regelmäßige Einnahme von Ro-O-Diola Extrakten, die Stressresistenz erhöhen und die allgemeine Lebensqualität verbessern kann. So kann Ro-O-Diola ein wertvoller Verbündeter im täglichen Kampf gegen Stress sein. Abschnitt 4 Ashwagandha Das ayurvedische Elixier für Ruhe und Konzentration. Im Herzen des Ayurveda nimmt Ashwagandha als verehrtes Stärkungsmittel für Körper und Geist einen Ehrenplatz ein. Bekannt als indischer Ginseng aufgrund seiner verjüngenden Eigenschaften, wird Ashwagandha seit über 3000 Jahren verwendet, um die Vitalität zu fördern, die kognitive Funktion zu verbessern und eine gesunde Reaktion auf Stress zu unterstützen. Die stressabbauende Wirkung von Ashwagandha beruht auf seiner Fähigkeit, Cortisol zu regulieren, das oft als Stresshormon bezeichnet wird. Chronischer Stress kann zu erhöhten Cortisol-Spiegeln führen, die sich nachteilig auf unsere Gesundheit auswirken können und sich auf Schlaf, Immunität und allgemeines Wohlbefinden auswirken. Ashwagandha wirkt wie eine sanfte Bremse für Cortisol, hilft es in einem gesunden Bereich zu halten und verhindert die schädlichen Auswirkungen von chronischem Stress. Abschnitt 5 Heiliges Basilikum Ihre tägliche Dosis Gelassenheit In Indien ist Tulsi, auch bekannt als Heiliges Basilikum, weit mehr als nur ein Küchenkraut. Es wird als heilige Pflanze mit tiefgreifenden, heilenden Eigenschaften verehrt. Seit Jahrhunderten ist Tulsi ein fester Bestandteil ayurvedischer Praktiken und wird verwendet, um die Langlebigkeit zu fördern, die mentale Klarheit zu verbessern und ein Gefühl des inneren Friedens zu fördern. Die beruhigende und stressabbauende Wirkung von Tulsi wird seiner einzigartigen Kombination von Pflanzenstoffen zugeschrieben, darunter Eugenol, das für seine beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt ist. Diese Verbindungen wirken synergistisch zusammen, um die natürliche Stressreaktion des Körpers zu unterstützen und ein Gefühl der Entspannung und des Wohlbefindens zu fördern, ohne Schläfrigkeit zu verursachen.